Hi, ich bin Rieke. Moin, ich bin Fabio. Ich bin Marc. Das ist ein Portaustee. So soll der Teig aussehen. Einfach nur locker miteinander vermengen. Ich finde es so lecker, dass ich euch unbedingt das Rezept beraten muss. Und so sollte ein Burger aussehen. Einfach nur himmlisch und super lecker. Schaut doch mal vorbei. Hier im Chefkochkanal abonnieren. Versteht ihr mich jetzt?